Es geht jetzt um Nullstellen quadratischer Funktionen und Nullstellen quadratischer Funktionen kann man am Graphen zunächst einmal sehr leicht ablesen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist die Funktion f mit der Gleichung f von x gleich minus x² plus 4 und man sieht, dass dieser Graph, diese Parabel, die x-Achse schneidet, einmal in diesem Punkt hier, das ist der Punkt mit den Koordinaten 2 und 0 und einmal in diesem Punkt, das ist der Punkt mit den Koordinaten minus 2 und 0. Die Nullstellen sind jeweils die ersten Koordinaten dieser Schnittpunkte, nämlich 2 und minus 2. Die Funktion f hat also zwei Nullstellen, nämlich 2 und minus 2, das bedeutet, dass der Graph der Funktion zwei Schnittpunkte mit der x-Achse hat. Ein weiteres Beispiel, wir sehen hier den Graphen der Funktion f mit der Gleichung f von x gleich x² minus 5x und hier sieht man sehr schön, es gibt zwei Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse. Das bedeutet, wir haben zwei Nullstellen, in diesem Fall sind die Nullstellen 0 und 5 und die Schnittpunkte mit den Achsen sind die Punkte mit den Koordinaten 0 und 0 und 5 und 0. Ein weiteres Beispiel sieht man hier, wir haben hier den Funktionsgrafen zu der Funktion f mit f von x gleich x² minus 5x plus 6. Hier geht die Parabel durch die Punkte 2, 0 und 3, 0, schneidet also die x-Achse in zwei Punkten. Das bedeutet, die Nullstellen der Funktion sind 2 und 3. Und es kann natürlich auch passieren, dass ein Funktionsgraf nur einen gemeinsamen Punkt mit der x-Achse hat. In diesem Fall berührt die Parabel die x-Achse und sie tut das hier in dem Punkt mit den Koordinaten 1 und 0, sodass 1 die einzige Nullstelle der zugehörigen Funktion ist. Es handelt sich hier um die Funktion f mit der Gleichung f von x gleich x² minus 2x plus 1. Es kann auch passieren, dass es gar keine Nullstellen einer Funktion gibt. Das bedeutet, dass die Parabel keinen gemeinsamen Punkt mit der x-Achse hat. Hier haben wir als Beispiel die Funktion f mit der Gleichung f von x gleich x² plus 2x plus 3. Und man kann schnell sehen, dass hier die x-Achse nirgendwo berührt oder geschnitten wird. Das heißt, es gibt keine Nullstelle und damit auch keinen Schnittpunkt mit der x-Achse. Ganz wichtig ist zu merken, die Nullstellen einer Funktion sind die x-Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse. Das bedeutet, Nullstellen sind immer einzelne Zahlen, während Schnittpunkte immer zwei Koordinaten haben. Man muss also sauber unterscheiden zwischen den Nullstellen und den Schnittpunkten.